Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest der neue Pfad anzunehmen bei Polemarch Calisthene in der Bastion Spitzen des Aufstiegs an dieser Position. Hierhin ist man gekommen durch die Vorquest. Das war der große Empfang. Ich weiß nicht ob man nachtwäglich noch hier hinkommen kann. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ich nehme die Quest auf auf dem Patch-Server. Da habe ich nicht viel Zeit zum testen. Nehme mal diese Quest an. Nun darf man hier diese Sprechplätze anklicken und ich glaube dann gibt es ein Video. Während des Videos werde ich die Klappe halten. Und auch nicht. Anscheinend auf dem Patch-Server noch nicht aufgespielt. Sprech mit Cleia um die Zeremonie zu beginnen. Cleia ist an dieser Position. Ziemlich unscheinbar. Ah jetzt ist man da oben wo der Kampf stattfindet in den Spitzen des Aufstiegs. Stimmt. Hier gibt es ja den Kampf in der Instanz gegen den Endboss. Ich diene nicht nur der Bastion. Ah jetzt Video. Psst. Viele Zeitalter sind vergangen seit ein Paragon gewalt wurde. Noch mehr seit wir einen neuen Tempel erschaffen haben. Heute tun wir beides. Adrestes. Tretet vor. In schweren Zeiten habt ihr Geduld und Mitgefühl verkörpert. Tugenden, die euch als Paragon der Hingabe dienlich sein werden. Fünf Tempel. Fünf Paragons. Nehmt euren Platz unter uns ein. Adrestes. Und wir schmieden das Siegel unseres Paktes neu. Ein Symbol unseres neuen Weges. Eines Weges der Einheit zwischen Kyrianern und Verschmeten. Wow. Sehr cool. Okay. Ich werde mit Adrestes den Paragon der Hingabe. Hm. Ah. Hier ist der. Quest ist abzugeben bei Adrestes. In den Spitzen des Aufstiegs. An dieser Position. Also das ist normalerweise nicht die Instanz. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier Knopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde mich voll freuen euch da mal zu sehen. Eizocke. Ende. Let's in das wieder. Wir sind uns. Wir sind die